Also auf jeden Fall, es war einfach total was anderes und ich habe das ja noch nie gemacht vorher, das war das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Und es ist einfach so, du musst die ganze Energie in die Stimme packen und sozusagen nur mit deiner Stimme sowas zum Leben erwecken sozusagen. Und das war am Anfang, ich musste da erstmal so reinkommen und auch diese, also der Regisseur hat immer gesagt, ein bisschen mehr Vogelstimme, in diesen Vogel ein bisschen mehr. Und ich musste da erstmal reinfinden, aber dann hat es irgendwie richtig Spaß gemacht. Frage zu jedem Chat, beantwortet.